Mein Name ist Peter Dixen, ich produziere Schalke TV seit 1999, habe seitdem kein Spiel verpasst und nutze in der Produktion Mimo Live seit der Version 1.0. Wir schätzen insbesondere die Flexibilität von Mimo Live in seinen Anwendungen. Wir benutzen Mimo Live für fünf verschiedene Anwendungsbereiche, unter anderem bilden wir mit Mimo Live den Spielstand und die Spielzeit unserer Real-Life-Produktion ab, aber auch während der Live-Produktion nutzen wir Mimo Live für verschiedene Statistiken oder Wechselanimationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017